Die Bahnhof in der Wissenschaft wurden lange ignoriert Aus Gründen der Bequemlichkeit, Maske anfangiert Ein ungeglaubtes Worte, er hebt sich auf den Dritt Gekommen um zu zählen, hier lässt sich wieder weg Man hat sehr lange weggeschaut, es gab nicht wie bei Nacht War nicht danach, war nicht danach, hat man sich gedacht Die Domen wollten glauben, dass es ein Mädchen war Jetzt wurde es in Deutschland, jetzt ist es wieder da Es ist geschehen, das deutsche Mond zerhebt zurück Der ganze Theon, der auf die Töne zieht Aus der Zeit, der Anfangs, der jetzt nicht mehr ist Es will ein Leben, aber ein anderer Weg Von Todes kommt mich vor an, wenn er sie als Obie ist Als Obis ohne Mädchen schweiß, ob er sie magiert Du bist nicht, doch ist nicht geheim, solange ich weggebrifst Der Zwischenzeit des Mordes war die Sonst der nächste Weg Freude, der von Polizei und aufgebundet schwer Nicht nur deine Sputtern, die ersten Schuss nicht mehr Bleib nur ein, die mögliche Analyse hinterkast Ich stelle uns nicht mitgehen, werdet über mich stört Es ist geschehen, das deutsche Mond zerhebt Du kannst es sehen, werdet über die Töne zieht Wenn es die Zeit des Endes der Menschlichkeit Es will ein Leben, erbohlen ohne Auslandrück Vor mehr als zwölf Jahren verbrannte der Asylbewerber Uri Jarlow In einer Polizeizelle in Dessau Gefesselt auf einer Matratze Nach Informationen des ARD Magazins Monitor Geht aus den Ermittlungsakten hervor Dass Jarlow mit hoher Wahrscheinlichkeit getötet wurde In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff Zwei Menschen erschossen worden Deutschland ist von einem weiteren Mutmaßlich rechtsterroristischen Anschlag erschüttert worden Ein 43-jähriger Deutscher hat gestern Abend im hessischen Hanau Neun Menschen erschossen Auch Polizisten waren im Visier Bei den rechtsextremistischen Vorfällen der letzten Jahre Die Chatgruppe Nordkreuzer geplant haben Personen des linken Spektrums zu töten In einem mehreren rechtssextremistischen Vorfällen Bei der Bundeswehr-Elite-Einheit KSK Massense Informationen aus dem Verfassungsschutzbericht 2017 Der AfD-Fraktion im Bundestag zur Verfügung gesteckt hat Das ist das rechtsextreme Trio zehn Menschen ermordet hatte Ja, kann man jetzt noch von Einzelfällen sprechen Oder hat die Polizei ein tiefsitzendes Problem mit Rechtsextremismus? Es ist geschehen Das deutsche Mond dreht zurück Du kannst es sehen Wir sind die Dase sind Es ist die Zeit Das Ende der Menschlichkeit Erfüllt ein Leben 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 Untertitelung des ZDF, 2020